Hallo liebe Kader-Club-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es ums iPad. Viele von euch haben sich nämlich gewünscht, dass ich das iPad nicht vernachlässige. Und das tue ich auch nicht. Heute gucken wir uns nämlich an, wie man in Keynote auf dem iPad schöne Karten erstellt. Kleine Grußbotschaften mit unserem tollen Grafikpaket. Speziell auch für Instagram, wo wir so ein viereckiges Format haben. Und das Ganze müssen wir uns im Keynote zusammenbasteln. Und das Grafikpaket, was ich extra dafür auf der Homepage veröffentlicht habe, mit wunderschönen Katzenmotiven, das zeige ich euch, wie man es herunterlädt, wo es auf dem iPad landet und wie wir das Ganze einbinden. Ich würde sagen, wir starten. Wenn ihr das Paket auf der Homepage gekauft habt, dann bekommt ihr einen Link. Und wenn man da draufklickt, dann öffnet sich hier diese Dropbox, das ist der Anbieter, der diesen Download zur Verfügung stellt. Und dort seht ihr dieses Katzenordnerbild. Und da könnt ihr reinklicken, hier einfach mit der Maus draufklicken und eins der Bilder auswählen. Und das könntet ihr dann hier über Herunterladen auch einzeln herunterladen. Wollen wir aber nicht. Wir wollen alle Bilder herunterladen. Deswegen gehen wir hier einen Schritt zurück. Nochmal einen Schritt zurück, bis wir hier an dieser Übersicht sind. Und dort klicken wir auf Herunterladen. Dann werden nämlich alle Bilder in dem Ordner heruntergeladen. Und zwar in einer ZIP-Datei. Und die könnt ihr hier bestätigen und herunterladen. Das machen wir mal. Wir klicken auf Laden. Und ihr seht, hier oben ist jetzt so ein Download-Knopf. Und da wird die Datei heruntergeladen. Es sind über 300 Katzenbilder. Wirklich zuckersüß. Und die versüßen einem auch wirklich den Morgen, wenn man so schöne Nachrichten mit diesen Bildern geschickt bekommt. Und wenn die heruntergeladen sind, dann könnt ihr hier auf diese Lupe klicken. Denn dann geht ihr in den Ordner, auf dem die gespeichert sind. Und das kann das iCloud-Drive sein bei euch. Wenn ihr das aber nicht habt, dann wird es wahrscheinlich auf eurem iPad sein. Aber irgendwo habt ihr diese Datei, katzen.zip. Und wenn wir da jetzt draufklicken, dann wird die entpackt. Und ihr seht hier einen Ordner. Schaut mal, bei mir ist es der Download-Ordner hier oben. Man kann hier draufklicken und sieht den Ort. Download-Ordner im iCloud-Drive. Das ist der Ort, auf dem diese Bilder geladen worden sind. Und ich könnte die jetzt mit dem Finger hier auch rüberschieben auf mein iPad. Das mache ich mal. Und dann werden die auch hier rüberkopiert aufs iPad. Und liegen jetzt im internen Speicher auf diesem iPad. Und da haben wir sie jetzt hier. Wenn wir draufklicken, werden die auch alle schön dargestellt. Da sind sie. Soweit, so gut. Damit haben wir das Bilderpaket bekommen. Und jetzt gehen wir in Keynote. Denn da wollen wir für Instagram, die haben so ein viereckiges Format. Und in diesem Format sind auch diese Katzenbilder. Jetzt einen schönen Post machen, einen schönen Text. Und das gucken wir uns mal an. Und dazu öffnen wir Keynote. So, wenn wir Keynote geöffnet haben, dann können wir hier über das Plus-Symbol ein Thema auswählen. Und das mache ich mal. Ich klicke hier auf Themen auswählen. Und dann bekomme ich vorgefertigte Themen von Apple angezeigt. Oder meine eigenen. Und ihr seht, hier oben habe ich schon so ein viereckiges Format. Aber wie man da rankommt und das erstellt, das zeige ich euch jetzt. Wir starten da nämlich hier mit so einem einfachen, standardweißen Format. Da klicke ich mal drauf. Und jetzt öffnet sich hier diese Präsentationsfolie. Aber Achtung, die hat ganz viele weitere Seiten. Wenn man hier auf Plus klickt, guckt mal, da sind hier jede Menge Vorlagen von Apple kreiert worden. Und die kann man alle hinzufügen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nur eine leere Seite haben. Und deswegen müssen wir dieses Thema dieser Präsentation verändern. Das machen wir zunächst einmal, indem wir hier oben draufklicken auf den Namen. Und dort sagen, wir wollen es A umbenennen. Das ist nämlich ab sofort unser Instagram-Post. Das schreiben wir da oben auch rein. Damit haben wir das schon mal erledigt. Und jetzt müssen wir uns um die Folien kümmern, die da alle noch versteckt drin sind. Und das können wir machen, indem wir hier die Folie angeklickt haben, auf den Pinsel hier oben klicken und sagen, das Folien-Layout wollen wir bearbeiten. Und hier sind jetzt ganz viele. Und die erste, die lösche ich mal, indem ich hier mit dem Finger draufklicke und sage löschen. Und dann sagt er ja, wenn du aber das Titelbild löscht, welches soll denn das nachfolgende sein. Und dann muss ich eins der bestehenden noch auswählen. Und das müsste ich jetzt ständig machen, wenn ich da oben immer die erste Folie lösche. Deswegen wählen wir einen anderen Trick an. Wir klicken zunächst einmal auf Abbrechen, gehen auf die zweite Folie und die löschen wir alle. Das können wir mit dem Finger machen, indem wir hier draufklicken und Löschen sagen. Und das müssen wir halt einzeln machen. Wenn ihr eine Tastatur habt am iPad, dann könnt ihr hier die Entferne-Taste drücken, dann geht es schneller. Und die letzte Folie ist eine leere, da ist gar nichts drauf. Und diese hier oben, die löschen wir jetzt nochmal mit der Entferne-Taste und zwar die erste. Und jetzt werden wir einmalig gefragt, gegen welche sollen wir die ersetzen? Es bleibt nur noch die leere. Und dann klicken wir hier drauf und sagen, bitte die wählen. Und dann ist das jetzt in Zukunft hier unsere leere neue Folie. Und dann drücken wir auf Fertig und sind damit fertig. Wenn wir jetzt hier auf Plus klicken, gibt es keine anderen mehr, außer diese leere Folie. Und genau das ist, was wir haben wollen. Einziges Problem ist, die ist noch nicht viereckig, die ist rechteckig. Und für unser Instagram-Format oder wenn ihr es per WhatsApp verschickt oder per Nachrichten-App, dann machen sich viereckige Bilder immer ganz gut. Ist so der Standard für die Posts in sozialen Netzwerken. Und deswegen klicken wir hier oben nochmal drauf und wählen hier Präsentationsoptionen an und die Präsentationskonfiguration. Und wenn wir hier draufklicken, dann ist hier unten ein Menü, wo wir die Foliengröße bestimmen können. Und hier gibt es eine Form, die ist schon fertig, von Apple vorgefertigt, das Quadrat nämlich. Weil das eben diese Posts sind. Und dann können wir hier auf Fertig klicken und haben damit unser Folienlayout dahingehend geändert. Und das Ganze soll jetzt unsere Vorlage zukünftig werden. Das heißt also, wir wollen in dieser Auswahl der Themen das in Zukunft stehen haben. Und deswegen klicken wir hier oben drauf und sagen Exportieren und als Kino-Thema das Ganze bitte abspeichern. Und dann wird es hier zur Themenauswahl hinzugefügt, wenn wir auf den blauen Knopf drücken. Und steht in Zukunft hier unter meinen Themen zur Verfügung. Allerdings, ihr seht, hier sind so ein paar Texte dazugekommen, weil Kino ein Präsentationsprogramm ist, will es immer bestimmte Dinge wie einen Titel und Untertitel schon mal haben und gibt das halt vor. Aber ist nicht schlimm. Wir klicken hier drauf und können das relativ schnell löschen, indem wir die einzelnen anklicken und dann mit dem Finger da drauf und löschen sagen. Oder wenn ihr Tastatur habt, drückt ihr Command A, dann sind alle markiert und dann könnt ihr auf Löschen klicken und dann ist es leer. So wollen wir starten mit dieser leeren Folie. Prima. Jetzt brauchen wir eins unserer Katzenbilder. Und das können wir einfügen, indem wir hier auf Bild klicken und dann sagen Einfügen von einem Ordner und zwar auf unserem iPad. Und da kriegen wir dann nämlich hier die Auswahl und können hier auf meinem iPad anwählen und sagen, da ist der Katzenordner. Da wollen wir einen der lustigen Katzen haben. Und dann nehmen wir mal dieses Bild hier und sagen Öffnen. Und dann wird es hier geöffnet und steht uns hier zur Verfügung. Super. So schnell hat das geklappt. Jetzt noch eine schöne Grußbotschaft und dann wäre alles perfekt. Machen wir auch. Und dazu fügen wir hier oben mit diesem Element ein Textelement ein. Das steht hier. Das ist etwas grau und nicht zu sehen. Das schieben wir mal nach hier oben. Und da können wir jetzt einen Text reinschreiben. Und dazu klicken wir hier rein, um zu schreiben. Löschen das, was drin ist und schreiben den Text, den wir haben wollen. Ich habe schon einen vorgeschrieben. Der ist in meiner Zwischenablage. Den benutze ich jetzt mal. Da steht er. Guten Morgen. Und jetzt können wir hier an diesen Anfassern den Rahmen noch ein bisschen verändern. Aber das ist ein bisschen wenig da oben. Sieht man nicht gut. Und jetzt klicken wir hier mal auf dieses Pinsel Symbol. Denn damit können wir das angewählte Objekt verändern. Und hier haben wir Text angewählt. Und da können wir erstmal den Zeichensatz hier größer stellen. Und vielleicht nehmen wir auch eine fette Schrift. Und klicken hier oben mal rein, bis uns das gefällt. Und so ist ja schon ganz gut. Ihr seht, kann man ganz gut lesen, weil da oben so ein heller Bereich ist. Aber ihr könnt auch hingehen unter Stil für das Textobjekt aus dem Schatten noch anwählen. Dann kommt hier so ein kleiner Schatten rein. Den kann man hier noch verändern, wie er aussehen soll. Und das macht sich ganz gut, wenn wir hier bei Text zum Beispiel statt der schwarzen Textfarbe zum Beispiel ein Weiß wählen würden. Dann könnte man nämlich hier in den hellen Bereichen des Bildes das Weiß noch gut lesen, solange dieser Schatten darunter ist. Schaut mal, wenn ich den Schatten nämlich hier unter Stil wieder abschalte, dann kann man hier leider das Guten nicht lesen. Und deswegen ist so ein Schattenwurf da ganz praktisch. Oder man schiebt das Ganze hier rein und dann könnte man auch die Formatierung hier so ein bisschen rechtsbündig machen und das Ganze hier reinsetzen. Man kann den Rahmen auch noch ein bisschen anders setzen und dann nochmal überlegen, ob das einem so gefällt. Oder lieber anders oder ob man das nochmal größer in der Schriftart macht. Also ihr seht, diese Gestaltung, wie ihr das macht, das ist euch überlassen und macht einen Riesenspaß. Aber ist ruckzuck gemacht, schönes Bildchen nehmen, schöne Grußbotschaft da rein und schon geht das Ganze. Ihr könntet noch ein Bild von euch mit reinbasteln, was auch immer. Aber jeder freut sich, der Katzenliebhaber ist, wenn ihr morgens so eine schöne Botschaft bekommt. Und eure Posts werden sicherlich auch aufgewertet, wenn ihr es macht. Und es gibt in diesem Grafikpaket, wie gesagt, über 300 wirklich niedliche Kätzchen, mit denen sich solche Grußbotschaften immer wieder verändert darstellen lassen. So, und das Ganze ist jetzt zu einem neuen Namen gewonnen. Präsentation 37. Keynote vergibt da automatisch Dateinamen. Und das liegt eben daran, dass aus dem Thema eine neue Präsentation erstellt worden ist. Und da kann ich jetzt hier auch sagen, ich möchte die umbenennen. Und das ist mein erster Post. Dann schreibe ich hier erster Post hin. Und unter diesem Dateinamen würde das jetzt abgespeichert werden. Aber wie bekommen wir das Ganze jetzt als Grafik verschickt? Denn wenn wir hier oben auf dieses Weitergabesymbol klicken und Nachrichten auswählen, dann würden wir tatsächlich diese Keynote-Präsentation jemandem schicken. Und jemand, der mit Windows arbeitet, hat kein Apple Keynote und der sieht dann gar nichts. Der kriegt dann irgendeine Datei zugeschickt. Wir wollen was nehmen, was alle lesen und sehen können. Das ist nämlich das JPEG-Format, also ein Bildformat. Wir müssen also jetzt irgendwie dieses Bildchen hier als Grafik exportieren und nicht als Präsentation. Und das geht, indem wir hier oben draufklicken, exportiere das Ganze als Bild. Und dann können wir noch festlegen, in welcher Qualität. Natürlich hohe Qualität nehmen wir und sagen, exportiere das Ganze. Jetzt werden wir gefragt, wohin wollen wir das denn exportieren? Und dann können wir es direkt hier per Nachrichtenprogramm an jemanden schicken. Schaut mal, es ist da oben nämlich eine JPEG-Datei, die gar nicht so groß ist. Ihr könnt es auch per E-Mail verschicken oder als Bild sichern. Und das machen wir jetzt mal. Dann wird es nämlich in eurer Fotos-App auf dem iPad gespeichert. Und da habt ihr es dann immer zur Verfügung. Falls ihr also irgendwann mal eine schöne Botschaft verschicken wollt, nicht gerade heute, dann habt ihr es jetzt in der Fotos-App und da könnt ihr es in Alben umsortieren oder was auch immer ihr damit macht. Und da gucken wir mal kurz rein. Hier bin ich in der Fotos-App und wir können mal draufklicken. Da ist das Bild in wunderschöner Qualität. Und von da aus könnt ihr es natürlich auch jederzeit wieder verschicken und an jemanden per Nachrichten-App oder WhatsApp oder was auch immer verschicken. Oder direkt in Instagram einfügen, indem ihr dort auf eure Fotos-Mediathek zugreift. Also so schnell geht das Ganze mit Keynote. Ein paar Klicks, ein paar schönen Bildchen und schon wertet ihr alles extrem auf. Könnt also wesentlich nettere Grußbotschaften verschicken als vielleicht nur so ein Text. Und ihr bekommt garantiert mehr Aufmerksamkeit, gerade unter Katzenliebhaber, wenn wir sowas machen. Und diese neuen Pakete, die sind extra dafür gemacht, weil sie dieses viereckige Format haben. Die kriegt ihr im Club auf www.akada-club.de. Und da kommen natürlich auch noch Hunde dazu und andere Tiere, weil es einfach mehr Spaß macht, wenn man so eine Grußbotschaft mit einem süßen Bild verschickt. Also ich weiß, dass viele das von euch auch so machen. Ich kriege ja selber auch schöne E-Mails von euch mit Grußbotschaften, wo ihr das auch umsetzt, was ich euch zeige. Und deswegen haben wir es nochmal aufgegriffen und im Arcada-Club jetzt auch so schöne Grafikpakete entwickelt, die ihr dort auch bekommt, um sowas schnell zu machen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und ja, schaut mal, welche Reaktion ihr bekommt. Die wird bestimmt ganz interessant sein und positiv. Bis dahin einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das Video wurde nämlich, für alle die, die die Aufzeichnung sehen, am letzten Tag des Jahres 2022 produziert. Und ja, damit wünsche ich euch auch ein glückliches neues Jahr. Und was liegt näher, als in dieser tristen Zeit, wo Kriege herrschen und andere unangenehme Nachrichten, uns ja jeden Tag ins Haus flattern, auch mal schöne Sachen zu verschicken, schöne Bildchen mit netten Botschaften. Und dazu diente dieses Video und dafür war es auch gedacht. Also kommt gut ins neue Jahr. Bis bald.